dann wissen wir dass das ding nur 30 produziert jetzt macht es 60 und dieses macht 60 also haben wir unsere 120 wobei hier kann ich dann demnach auch ein förderband mk1 anbringen und hier auch aber so wichtig ist das nicht so ne kommt hier ein schöner strommast hin und den strom für ich jetzt dahin da können die nämlich auch ich wollte das noch haben dann können die nämlich auch direkt anfangen zu arbeiten tun sie es auch ja 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 so gut so weit so verdammt noch mal gut so beton produziere ich jetzt noch nicht da oben darum kümmere ich mich wenn ich vorne alles abgebaut habe was ich ja eigentlich jetzt machen könnte schauen wir doch mal wie viel strom wir auch wie viel strom wir eigentlich noch haben die kapazität ist 1560 der max konsum sind 644 da da ist noch platz so dann fangen wir doch vielleicht mal hier an den ganzen schnodder hier abzubauen so bei 1200 das deck hätte ich gern dabei für für die kettensäge so okay dann weiß ich das ding habe ich oben stehen das ding habe ich oben stehen das brauche ich jetzt hier gerade auch nicht sehr schön das biomasse brenner zeug lasse ich hier noch kurz stehen so produziert das ding noch hä wieso achso weil okay die platten sind leer der hört jetzt also jeden moment auf naja gut dann das kann ich schon mal abbauen so das und das okay ich sehe schon der weltraumfahrstuhl kann auch schon mal weg der gefällt mir da auch nicht mehr an der stelle okay was mag in der kiste jetzt noch so alles drin sein doch eigentlich eine ganze menge krims krams okay warte mal dann machen wir das mal folgendermaßen ich stelle hier jetzt noch einen container hin und in denen kommt jetzt mal so kram rein von dem ich der meinung bin dass ich ihn gerade nicht so wirklich brauche zum beispiel das eisenplatten und stangen sind schon wichtig blech brauche ich gerade nicht und das brauche ich gerade nicht wobei das packe ich lieber in den in den anderen container so und jetzt wo war jetzt diese lustige kiste ach direkt daneben so das ist doch schon mal schön so dann entfernen wir das das sowie das ja das ist für mich gerade auch ein bisschen verwirrend also was heißt verwirrend nicht wirklich aber ich muss hier erstmal irgendwie einen anfang finden das fühlt sich immer ein bisschen komisch an finde ich wenn man das hier auseinander wurschtelt aber im endeffekt so da sind jetzt wieder die ersten kisten die so da habe ich nichts drin dann kommt da das rein wobei die behalte ich das 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 von den stabilen platten werde ich noch welche brauchen oh nein nein so okay dann haben wir hier noch schmelzen wieso hat er denn jetzt nur den unteren teil von der schmelze markiert gehabt das verstehe ich nicht so so da sind wieder kisten gott so 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 stand hier noch irgendwo eine sieht nicht so aus sehr schön ich habe gerade ein Blatt ins Gesicht gekriegt so ähm so so wieder eine kiste jetzt wird es auch langsam dunkel so so hier ist soweit nix nix mehr hier vorne okay okay gut kisten ah hier ist auch noch einer das macht gleich alles sinn was ich hier was ich hier tue glaubt mir ich habe so viele stangen brauche ich jetzt auch nicht j j also wir haben hier eine und wir haben hier welche und ja 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 ja